So, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind hier, um deutlich zu machen, wir fordern keine Einmischung in Syrien, keine Patriots und EVEX in die Türkei. Und wir machen mit unserem Einsatz hier auch deutlich, dass wir die immer größere Einmischung von NATO und von Bundeswehren nahen Osten nicht akzeptieren. Und dass wir nicht akzeptieren, dass immer mehr diese Region aus imperialen Machtinteressen in die Kriege getrieben wird und in den Kriegen gehalten wird. Deshalb machen wir deutlich, NATO auflösen, kein Einsatz in der Region von NATO-Truppen.